Das ist eine hochkarätige Band wie Kanta. Kanta. Wir haben mal so einen Song gemacht, der endet irgendwie, ich schlag den Kopf auf den Bordstein, der geht raus und Kanta. Wenn jemand glaubt, dass sich Frauen schlagen oder so, das wäre cool, der ist total behindert und keine Ahnung. Manche Leute denken irgendwie so, Faggot, ich mach die Lifestyle Faggot. Jetzt hab ich schon wieder gesagt, tut mir leid. Keine Ahnung, sich eine Joggingbuchse anziehen und halt irgendwie an der Tanke abhängen, das ist nicht Hardcore. Das ist halt auch ein Abschlusshörner wie Scheiße. Nee, das ist nicht mein Hardcore. Not to put me off. Und klag das ist ein Mansion Abhängen. Na Ole, das ist ein Kunstherer. Wartöblich bis zu den Gud Central. Ja, trauma, Tuchemper, Nehmatisch ist die dramatic. Wartöblich bis zu vergleichen. Heims its Heilig! Wirklich bis zu treinen. Aber welche Untertitel! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.